auf der die meisten unterwegs ich weiß was ich meinte ich bin halt in den zweiten Gassen da oben ist ja schon die erste was ich habe gerade geschossen ich habe gerade geschossen wo kommt das denn her hinten ist nichts ich weiß nicht was immer bei mir abgeht mit diesem Scheiß FGS vielleicht heute geht es wieder gut aber das war echt schlimm was war es denn wir sind da vorne links ok 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 Oh ja, wollen die runter? Boah, die runterrollen war echt ein Problem. Ist der links? Ich hätte mir schon vorstellen, dass die Beine die runterrollen. Das ist nachher hier für die Pots. Entschuldigung. Okay, hier ist nichts mehr. Pfff! Keine Bärme da rollen. Wieso nicht? Ja, wie sie dran klackt. Ja, ich wollte da kurz testen. Okay, da runterrollen. Oh ja, die rollen runter. Okay, lass mal kurz ein bisschen weggehen, dass die kommen. Ja, komm zu. Äh, das sind's raus, oder? Ja, oder? Kriegst du denn? Ja, ich weiß nicht, ich hab diese beiden runter. Also die rollen das hier einfach runter. Aber ich glaub, die gibt ja dann immer diese Stellen, wo es eben ist. Dann müssen wir das. Komm mal, gibt's die... Ja, genau. Es gibt diese... Es sind noch oben ein paar. Oh, oh, oh. Oh, es ist noch einige hier. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, das ging's halt nicht so, die hier zu sein. Ist das schon mal aufgewachsen? Ja. Oh Mann. Das wird echt... Ja, ich weiß nicht, ob die Leute von unten noch von oben kommen. Ich bin jetzt im nächsten Fall. Ich bin mal hier oben am Fang, ja Mann. Ja, okay. Ja, ich spring hier runter. Vorsicht, äh, ich bin jetzt da nicht mehr. Äh, ich hab recht schrecklich. Sind wir noch ein bisschen? Ja, direkt aber ein bisschen, aber... Ich hab's nicht, nur mal nichts flink. Ah, ich hab's nicht. Ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Da oben. Ist er da an? Ja, ich hab' ich gegen ihn schon. Krass, Rotte? Ja. Oh, nee, 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 nee. Erst mal einer auflaufen. Erst mal einer auflaufen. Ich bin nicht, was ich muss. Ja, ich hab' gerade rausgegen, sie kommt völlig zu dir. Ich hab' gerade rausgegen, sie kommt auf die Schuss, die hoch ist und ich hab' gleich gleich, ja. Ich kann schon viele Ratten fahren so nicht, gut. Da kann man noch was aufhören. Was ist das? Sollten wir mal eine Zwischenstufe machen, sag ich. Die könnten noch die Abkehr zum Nehmen und gleich nach links gehen, weißt du das mal? Ja, könnte noch. Kannst du hier und dann hier, dass wir die gleich da reinhauen und dann hier oben drüber nehmen. Jetzt haben wir noch eine Zwischenstufe, das dauert es daran. Oh nein, oh nein, oh nein, oh, Alter, nein. Kann die das nicht triggern? Der hat definitiv nicht reingeschlagen. Ja, Freunde, der ist auch so. Hey, hey. Oh ja, hey. 1 ich habe ja ja das ist ich glaube ich nicht sein das ich kann ich das ich kann das ich kann ich kann ich kann ich kann das ich hab schon eine da links reingewaft, die Ecke ja, lass kurz warten, ist die Weife daß oh! oh je je ja, fack jetzt warte 3 mal nicht rum, ey was sein muss, was sein das ist die Zeit gespart, die Kacke ich geh mal nicht einfach raus aus dem Haus, aber schon kurz, dass du Mönchengrenne brauchst so, oh the fucker jetzt, da kommt einer auf jeden Fall ich hab mich, wie wir schon eine verpasst haben naja, die kenn ich ja ok, dann würde ich mal die nächste Ecke Gas kommt nochmal da gut, so� Edit vielleicht ja, ich hab noch was versteckt schau mal kurz ich glaub da hinten links in der Gapel ist schon einmal ein da war noch richtig kaum runter und sich na gut, dann fangen wir sie mal hier rein nicht die mir runter wut 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 ich hab die Mauer, die ich gestopte das war das ich habe die beckene raus das ist Aber das ist ein sehr guter Mensch, aber das ist ein sehr guter Mensch. so ja ich habe mir welche gesehen, also. Ah, vor dem Runterspringen kann ich auf jeden Fall noch mal. Ich glaube, da auf den großen Platz kommen. Zwei, glaube ich. Ah, bevor ich da entgegültelt habe, mit einem Klingel. Ah! Warte, was? Die Tante, die so schnell nach der Runde da. Was brauchst du denn? Leitungswasser. Ja, ich mach dich nicht, ich mach dich nicht, aber ich mach dich nicht. Ich mach dich nicht, ich mach dich nicht. Ja, ich mach dich nicht, ich mach dich nicht. Ja, ich mach dich nicht, aber ich mach mich gerne. Mach mich gerne. Ja, mach ich auch. Neun haben wir, hast du gesagt? Neun. Ah, erst mal genüß ich euch hier, ich brauche zu lustig irgendwie. Ah, nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nee, ich hab dich nicht vergessen, dass wir mal vergessen haben oder so. Okay, schätze, ich hab neun. Vor das Haus werfen. So, hier sind das Haus werfen. Ja, hier ist das, was ich das Bewusstsein hab, das, was ich... Oh, ja. Fih, wie gut. Warum? Was ist dasbewusstsein? Und was, was, was hab ich dir nicht getan? Fih, wie ist das, was ich jetzt mal gedacht. Andere mich jetzt. Okay, okay, nochmal den Mix-It. Oh, oh shit, ich bin wieder. Ich bin wieder. Okay. 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 Okay, nächstes machen wir dann irgendwo hier. Ja, ich möchte den jetzt wieder hier runter. Wollen wir den oben noch schnappen? Ich hab keine Lungen mehr und da, ich kann mich auch nicht. Schau mal für dich, ob der Mami ist. Was ist sicher hier was? Verkauf. Nein, 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 nein. Was ist denn da anderen? Oh, hier ist auch noch ein Fass. Nice. Mach den Rücken, über den Rücken. Wo hast du jetzt hier hingebossen? Oh, ich glaub da vorne ist, ich glaub am Platz sind sogar drei, aber da vorne ist noch eine. Dann sind wir da schon bei 12. Und auf dem anderen Platz sind sicher auch noch eine oder zwei. Ah! Ich hab da wieder. Weißt du was für mich also? So, ich hab sie mit dran. Nee, wo wir umschlippen mal so nicht. Da, eine, eine, eine ist alles ausgerufen. Da ist alles ausgerufen. Guck mal mal. Okay, das war alle. Guck mal abzählen, dann ist das F's. Da hinten müssen wir noch ein? 1 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 8 9 10 8 9 10 10 Wir hatten vorher 9, es waren jetzt 3, es müssen 12 10 2 2 4 4 4 4 Ja, wo der weiß... Ah! Ja, ist schon fast nicht Oh mein, lass dir mal ein bisschen herzeln Egal, da muss ich nicht fallen vertreten Ne, ich hab wirklich nicht fallen hier, es waren 3 Okay Wir können jetzt schon mal 10, hier müssen 1 sehen, okay? 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Und das ist 12 Erstmal putzen raus Ja, das links unterspringen Oh, der fack Ist nicht, ob hier noch was war Ja, hier hinten ist der eigentlich ein Punkt Ah, ja genau, da ist einer, ja, 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 ich weiß wieder So, wir kriegen ja locker alles zusammen, wir haben keinen Schritt jetzt mehr Aber ich war ziemlich toll nicht geschaut Deswegen ist halt auch Deswegen ist halt, wenn ihr zwischen der anderen Gruppe auch, die voll reinsetzt Und es spielt halt eine schnelle Rolle Ja, und es hat ziemlich Zeit, das sind jetzt Aber ich muss halt die Frage, wie ist es interessant, wenn es 2 waren und es 4 waren? Das spielt keine Rolle Okay Ne, warum soll es gay sein? Das ist ja eigentlich für eine 4-mal Gruppe, ich hab gedacht, die Challenge schon nicht für 2 leistet Naja, dann macht er das, macht er da rein und hat dann endlich Zeit, oder was? Ja, nee, wir sind es jetzt nicht So, das ist hier noch einer, hast du noch 4 F schon geschaut? Ähm, naja, ich weiß, was ist denn hier nicht? War hier in der Ecke was? Ne, okay, so, oh, was ist mal? Ne, okay Ähm, das ist ruhig schon weit, vielleicht erst mal hier an die Wand, da Hier an die Wand oder so Ach, Alter, wieso treff ich denn denn nicht? Ja, wie, es ist es nicht, aber wenn ich ist, der Körper schon in der Ecke Oh, Mann, ich bringe genau auf die Fässer wieder rauf Ich mach jetzt die erste Schiff, die wir kriegen, was reicht, dann endlich so Schon wieder, ja? Da hinter uns, siehst du? Ach, Mann, Alter! Oh, komm, das schreibe ich, das schreibe ich, jetzt auch nicht gut Ja, das ist eh gut, trotzdem nervig das ausgerechnet, jetzt schon wieder was ist Also, das war mal jetzt, äh, das war mal auf 12, das sind jetzt auf 13 Und Minimum, äh, sind echt 3 auf der Map da noch? Ist nicht eingefallen, dass es... Wenn man echt da rauf geht, ist da eine? Ja, auch nicht Äh, willst du mir die raus? Ja Und ich lass sie... oder... Ich lass sie... ich lass sie gleich hier rum Äh, ich kann sie... äh... Drei ich da? Nein, ich brauche... Warte, ich bin von hier, darauf fest... Nächste Woche... Ja... Bring dir einfach schneller auf... Alter, ist der Scherz-Wett-Buggie... Ach stimmt, da unten ist doch automatisch eine, glaub ich sogar noch... Ja... Ah! Scheiße! Was? Nein! Nein! Die ist da oben, von einer hat sich vom Dach untergefallen und das hat mich wirklich nicht gehammert. Naja, aber nicht nur eine. Was heißt? Wir müssen nur mit einer durchzählen. So ein Kack, Alter. Kannst du nicht den Guck und hat einen Fett ausbauen? Ja, kann ich schon, aber deswegen nimmt man das Ding auch aus, dass wir zusammen schauen können. Ja, ne, ne, ja. Außen hab ich gar nicht fair work drauf. Kann man die hier direkt ausschmeißen? Oh ja, kann man? Ja, naja, whatever. Ähm, das ist mal, naja, bin ich schon runtergesprungen. Was, die haben eigentlich schon alle da? Ich hab, die müssen sicher alles runter jetzt, ne. Okay. Du siehst nicht wohl da unten? Ja, ja, ich komm schon. Ich glaub der Großteil kommt eh her. Ein Bergsteiger. Ja, der ist gar nichts unten. Ja, muss ich kurz langweilen, aber... Nee, ich will kurz mit dem, das ist gut. Du machst mal. Aber, kann ich nicht sein, dass wieder ans Beispiel hier durchsprengt? Was denn? Was los? Zu viel, ne? Wir haben nicht runtergeschubst, ich weiß. Wie hast du denn das auch gemacht? Das war ich nicht. Hä, wer ist sonst? Kann der Portis auch aufmachen? Egal, lass die mal gleich zum Ding bringen. Ja. Wurdest du wieder hier eine Dingkette machen? Okay. Wurdest du sie dann auch gleich nur? So, ja. Zwei. Drei. Vier. 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 Ja, nee, passt doch. Eine, war eine verloren. Fisch. Die jeder sollten hier auch die Enten checken, ane. Ich weiß es nicht. Wegen Chicken. Wegen Chicken? Und die müssen wir alle hier in das Ding reinschmeißen, oder? In das Ding reinschmeißen, wenn wir uns dann halt die Endes gern. Wir können gleich noch kurz hier oben schauen, oder? Okay. Oh, hier weiß man nichts. Oh, ja. Nix. Ich weiß ja auch noch nicht. Warum soll das doch? Ja, ich weiß auch. Ja, da... Ah! Okay, das ist Nummer 13. Ja, ja, lass mal mit den Sex anfangen. Wollen wir mal hier rechts an? Ja, okay. Ich mach neben deinem Auge auf heute hier oben. Ah, hier ist eins. Ja, genau das. Das ist Nummer 14. Das ist Nummer 14. Oh, ich hab's ja gar nicht. Ja, ich hab's ja gar nicht. Ich hab meistens was hätten gekrochen. Äh... Oh, shit! Double Barrel! Double Barrel! Double Barrel! Double Barrel, brother! Ah! Ah! Ich denke, der ist nur als erstes in Sicherheit fast, oder? Ja, ja. Scheiße, Säcke. Ja, die Säcke brauchen wir auch, aber... Das heißt, wo waren wir stehen geblieben? Äh, 12, 13, 14, 15. 15. Ja, wir haben eine verloren. Genau, dann sind wir bei 16. Oh, scheiße, nein, 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 nein. Nein! Nein, oder? Ja. 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 Ah! So eine Kacke! Das hat so gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Einfach zu schnell. Außerdem ist der Hauptpunkt. Das ist ein Teil woanders. Ich habe mich wirklich aufgefahren. Wirklichkeit. Oh, ich habe den Kack-��ern geschaut. Ich habe das Kack-��ern geschaut. Ja. Oh, ein Scherz ist geschaut. Hier ist noch eins. Ist noch ein Derren. Ja. Oh, oh! Oh! Ich habe einen Kack-��ern geschaut. Wtf! Das gab uns, sagst du? Ja. Okay, wo ich die letzte? Scheiße, er hat dich das nicht besser genommen. Ja, anscheinend. Er hat mich spezifisch nicht gesagt, nur viel mehr als 8 war gemeint. Und immerhin im Kommentar geschrieben von wegen, ich hab das gemacht und da waren nur 8 Stück und wenn mehr sein sollten, dann musst du mir ein Bild schicken, das ist ein Scheiß. Was hat mich gebe könnt? Was steht dran, refreshing da nicht noch nicht. Es ist dann eineчиze von der Bellen. Ich glaube tammasaving geht Ihnen. Was ich noch nicht? Och, das ist noch nicht schon zu? Wohin scheint nicht genau um auf zu? Ja, einer hab ich gerade hingebracht und der andere ist zur Stadt geworden. Wir sind schon ewig dran. War eigentlich nicht schlecht gewesen, einen Portion schon mitzunehmen. Die Sinnerecken haben wir schon geschaut, oder? Oh, what the fuck? Wo kommt die denn her? Recht zum Wagen war doch eine. Nee, nee, du kannst die, wenn du sie wirfst, dann stehen sie nicht aufrecht. Na, verstanden, sie ist zu gut positionierter, was wir da nicht hingeworfen haben. Nichts hiebte 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 hiebte. Okay, dann lass uns jetzt noch mal abzählen, dass wir jetzt. Also, das ist Nummer eins. Alter, was machst du? Was wär denn sonst? Ja, immer die Potse. Ja, ja, ja. Ja, 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 wake in der Hand. So, Alter. 2 4 6 14 16 Nein, er rein da. So geht er mit Erkamm. Mach' ein guter Abschluss. Ah, jetzt läuft er. 60 Stück. Noch 2, er hat nur 80 gehabt.